oh mein Gott, wir werden wirklich viele Schienen für dieses Projekt benötigen. Ich werde mir wohl echt nochmal einen Server zulegen müssen, obwohl ich könnte ja einfach meinen Rechner hier wieder reaktivieren, also einen von meinen sechs, und ja, ich habe sechs Rechner, ähm, fünf davon sind etwas älter, aber drei davon haben vier Gigabyte RAM, äh, der eine hier, auf den ich gerade let's playe, hat acht, ich erweitere den aber vielleicht auf 16 oder auch 32, das muss ich mal gucken, und dann kann der auch schon wieder ein bisschen mehr leisten. Aber ja, wie gesagt, muss ich alles mal gucken. Mehr Platz habe ich leider gerade nicht im Inventar, sonst hätte ich mir jetzt ein paar mehr Schaufeln gemacht. Und ich habe wieder Platz im Inventar. Für einen Stick ERD. Vielleicht mache ich das mit den Server sogar schon heute Abend. Oder vielleicht auch jetzt gleich. Da hinten fliegt ein Zombie eine Tür ein. Das gibt's doch nicht, ey. Na, na. Wir müssen gleich wieder nachproduzieren. Lalalalalala. Andere Let's Player hätten sich jetzt vielleicht Eisenausrüstung gemacht oder so, aber... Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich komme mit Steinausrüstung. Auch ganz gut klar. Weil, ihr seht ja, ich habe ja genug Eisen. Ich könnte mir das locker machen. Also, ich habe ganz andere Sachen vor. Ich zeige mich. da hinten wird dann die Laufladezone sein, hier so müh und dann können wir unsere kompletten Rohstoffe von A nach B transportieren so müh so müh so müh so müh so müh so viel so viel die wir momentan überhaupt nicht brauchen ich frage den Gebrauchenkölle ich habe das Gefühl an seinem Venturaus mal wieder voll ich hab das Gefühl an seinem Venturaus mal wieder voll kann ich gleich brauchen erstmal nicht ich baue den Föhlen wie ich jetzt meine oder auch halt nicht so eine halbe Kiste reicht hier drin ich habe das reicht ich habe ich habe Schauen wir den schon. und es geht wieder weiter böser ich hoffe hier zerpflegt nicht einer wieder um zu fielen er hat er Das wäre echt ärgerlich, also. Waaah! Hässlige Viecher. Waaah! 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 Na geh doch hier. Das ist in das Loch. Der guckl. Hallo? Hallo? Warum will der Penner da nicht rein? Obwohl, das bringt eh nix, wenn wir hier sprechen, dann ist das... ...licher ewig. Nix hier mit Stop It. Warte mal ganz kurz. Okay. Ich wollt grad sagen, wenn's jetzt noch einmal lag, dann starte ich wieder Minecraft neu und das tue ich jetzt auch. Und vielleicht Let's Play ich dann noch was anderes, weiß ich noch nicht. Ich habe mich dafür empfiehlt, Minecraft weiter zu Let's Playen. Also heute grundsätzlich, jetzt play ich's ja sowieso weiter. Oh mein Gott. Ja, wir bauen jetzt hier die Wand jetzt weiter weg. Oder weiter ab. Aha, hier kommen wir dann also raus. Oh, ist das so, dass dann da nix mehr spawnen könnte? Und dann sind wir mit dem Raum unter den Flughafen auch schon mal weiter gekommen. ... noch mal ja. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020